Als Luke Skywalker in Episode 5 Das Imperium schlägt zurück, Vader in der Wolkenstadt gegenüber stand, erlitt er eine der schrecklichsten Niederlagen seines Lebens. Er erfuhr, dass alles, was er geglaubt hatte, eine Lüge war und dass ein Vater, Anakin Skywalker, Held der Klonkriege, in Wirklichkeit von der dunklen Seite verführt worden war und zu Darth Vader wurde. Luke verlor sein Lichtschwert und damit auch seine Hand. Aber was geschah mit dieser verlorenen Hand? In Legends wurde die Frage beantwortet, aber auch im Kanon haben wir jetzt die entsprechende Antwort dazu. Alle Details erfahrt ihr jetzt hier im Video. Im alten Expanded Universe bzw. in Legends wurde die Hand von Imperator Palpatines Agenten irgendwie geborgen und zu einer von Palpatines geheimen Basen auf dem Planeten Wayland transportiert. Dort wurde sie von dem wahnsinnigen Jedi-Meister Jairus Sabayos verwendet, um ein Klon von Luke zu erschaffen. Aber natürlich ist diese Geschichte nicht mehr kanonisch, sodass wir jetzt eine neue Erklärung brauchen und auch bekamen. Die Ausgabe Nummer 11 der Vader-Comic-Serie scheint aber endlich die Wahrheit zu enthüllen. Zeitlich gesehen spielt die Story des Comics über den dunklen Lord nur kurze Zeit nach Episode 5 das Imperium schlickt zurück. Vader hatte kurze Zeit nach der Konfrontation mit Luke in Episode 5 von den geheimen Plänen seines Meisters in den unbekannten Regionen erfahren und ist daraufhin nach Exegol gereist, wo er seinen Meister konfrontierte und von Geheimnissen der Sith erfuhr, von denen selbst er bisher nichts gewusst hatte. Er entdeckte dort dieselbe Einrichtung, die wir 32 Jahre später, also 35 Jahre nach der Schlacht von Yavin, in Episode 9 der Aufstieg Skywalkers gesehen haben. Es scheint, als wären die Klon-Operation aktuell auf ihrem Höhepunkt, denn jeder einzelne Behälter ist mit Klonen gefüllt. Palpatine nannte diese Einrichtung sein Skalpell der Schöpfung und prallte damit, dass er damit alles erschaffen kann, was er will. Während er diese Worte sagte, verweilten Vaders Augen auf einem kleinen Behälter mit einer abgetrennten Hand. Sehr wahrscheinlich hat uns also dieser Comic die Wahrheit dahinter enthüllt, was mit Lukes Hand nach seiner Niederlage gegen Vader in Cloud City geschehen ist. Grundsätzlich könnte es aber auch eine andere Hand von einer anderen beliebigen Person sein. Allerdings würde man diese dann wahrscheinlich nicht in die Geschichte einbauen, da sie keine Bedeutung hätte. Ebenfalls wurde in einigen Comic-Ausgaben zuvor die Szene, in der Luke seine Hand verlor, nochmal absolut detailliert dargestellt, sodass alle Leser nochmal genau vor Augen geführt wurde, was genau in der Wolkenstadt passierte. Es ist also davon auszugehen, dass es höchstwahrscheinlich Lukes Hand ist, die von Bespin geborgen und nach Exegol gebracht wurde, damit Palpatine mit ihr experimentieren konnte. Es ist wieder einmal interessant zu sehen, wie sich der Disney-Kanon so direkt am alten Expanded Universe bedient und weiterhin viele der Ideen übernimmt. Die Sache mit der Hand wirft natürlich jetzt die Frage auf, warum Palpatine Lukes Hand überhaupt einsammeln ließ. Der logischste Grund ist, dass er beabsichtigte, Klone zu erschaffen, aber zu einem weitaus dunkleren Zweck. Zweifellos zieht er die Möglichkeit in Betracht, seinen dunklen Geist in einen Klon des Sohnes des Auserwählten zu übertragen, um seine gewaltige Macht noch zu vergrößern. Am Ende funktionierte dieser Prozess jedoch entweder nicht oder der Imperator entschied sich aus Eitelkeit dafür, stattdessen einen Klon von sich selbst zu erschaffen. Und damit wären wir mit dieser kurzen Geschichte auch wieder am Ende angekommen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann hinterlasst mir gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein! « In der